Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel AUJA, der Podcast für ein Jahr zu dir mit allem, was du bist und ein Jahr zum Leben. Mein Name ist Stefanie, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und wir jetzt gemeinsam Zeit verbringen mit dem Thema Anzeichen der Hochsensibilität und was es für dein Leben bedeutet. Ja und das ist heute der Start in eine neue Reihe, in eine neue Folgenreihe in diesem Podcast, dem ich immer mal wieder eine Folge machen werde zu verschiedenen Anzeichen der Hochsensibilität und Feinsinnigkeit und wie du gut damit umgehen kannst. Ich habe ja in diesem Podcast eine andere Reihe, nämlich die Vorteile der Feinsinnigkeit und Hochsensibilität und dazu möchte ich dich einladen, auf meiner Webseite mal zu schauen. Zu dieser Reihe gibt es ein kostenloses E-Book, was du dir runterladen kannst, nämlich die Vorteile, die du als hochsensibler Mensch hast, also die Vorteile als Feinsinniger Mensch, die findest du dort in einem E-Book, was du dir runterladen kannst. Schau doch mal vorbei bei hochsensibel-auja.com. Dort findest du unter dem Reiter Bonus dieses tolle Angebot, was du dir dann mal in Ruhe durchlesen kannst, um auch einen anderen Fokus, eine andere Sichtweise auf die Feinsinnigkeit zu bekommen. Da wünsche ich dir ganz viel Freude mit. Und jetzt geht es weiter mit den Anzeichen, die du vielleicht schon an dir festgestellt hast. In dieser Folge werde ich dir fünf Anzeichen vorstellen, die sich bei sehr vielen empfindsamen, feinsinnigen Menschen zeigen und dir einige Anregungen, Inspirationen und Tipps geben, wie du gut damit umgehen kannst, damit das in deinem Leben auch kein Problem ist, sondern wirklich eine Bereicherung sowohl für dich als auch für die anderen. Hochsensibilität wird meistens für einen Menschen zum Thema, wenn er oder sie gemerkt hat, dass irgendwie Probleme aufgetreten sind, dass er oder sie angeeckt ist und Schwierigkeiten bekommen hat. Und dann fangen wir an zu fragen, okay, woran liegt das? Was kann ich tun? Und habe ich nicht schon immer diese und jene Probleme gehabt? Und vielleicht bin ich wirklich hochsensibel. Und dazu möchte ich dir heute einige Anzeichen vorstellen und wie du dann dieses Ja mit all deinen Anlagen, mit allem, was du bist, für dich findest. Ich glaube, wir können einem Menschen kein größeres Geschenk machen, als ihn oder sie so anzunehmen, wie er oder sie ist. Das ist so ein wunderschönes Gefühl. Und damit wir das können und in der Lage dazu sind, ist es auch wichtig und fällt uns viel leichter, wenn wir uns selber so annehmen, wie wir sind, wenn wir Ja zu uns sagen. allem, was wir sind, mit allem, was da in uns steckt, mit all unseren Macken, Fehlern und auch Stärken und auch unseren Eigenarten und Besonderheiten. Und davon gibt es jetzt einige. Wenn du dich mit diesem Thema beschäftigt hast, Hochsensibilität, hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, bin ich richtig so, wie ich bin. Ich bin immer ganz anders als die anderen. Ich verhalte mich anders. Ja, vielleicht geht es dir auch so, dass du ganz oft denkst, keiner versteht dich so richtig. Zum Beispiel, wenn du jemand bist, der sich gerne zurückzieht, immer wieder Ruhe sucht und alleine sein möchte. Wenn andere sich in Familienkreisen, in Freundeskreisen treffen und gesellig zusammensitzen. Das findest du vielleicht auch schön, aber es wird dir auch irgendwann zu viel und du empfindest es zu laut, zu intensiv. Da sind zu viele Menschen, da sind zu viele Reize auf. Das ist schon mal ein Anzeichen. Menschen mit diesen offenen, sensiblen Anlagen, ja, mit dieser Empfindsamkeit, die neigen ganz oft dazu, mehr mit der Wahrnehmung im Außen zu sein, bei den anderen, weil sie so viel wahrnehmen. Ja, und das ist dann einfach auch so, wenn es dir zu viel ist. Und da müssen wir uns ernst nehmen und dann eben dafür sorgen, dass es uns gut geht und selber dafür sorgen, indem wir dann, wenn es uns zu viel wird, das auch mitteilen und sagen, wir ziehen uns jetzt zurück. Wir brauchen jetzt Ruhe. Ich brauche jetzt Ruhe. Und das mag jetzt am Anfang für dich vielleicht ungewohnt klingen und du denkst, dann mögen die anderen dich nicht mehr so gerne, aber überleg mal, ob die anderen dich noch mögen, wenn du immer gereizter wirst und so bissig reagierst, weil dir im Grunde alles zu viel ist und du gerne alleine sein möchtest. Und wenn du jemand bist, dem zum Beispiel grelles Licht wehtut und dem es sehr unangenehm ist, dann nimm das ernst. Besorg dir eine Sonnenbrille, die du immer bei dir tragen kannst. Gestalte dir deine Lichtverhältnisse genauso, wie du es liebst und stehe dazu. Ja, auch wenn jemand anders sagt, stell dich jetzt nicht so an. Es ist aber so. Dich stört das grelle Licht und das ist in Ordnung. Ich persönlich zum Beispiel reagiere ganz stark auf Lärm. Schon immer. Und ich habe mittlerweile einfach die Technik, dass ich mir überall die Ohren zuhalte und das ist auch in der Öffentlichkeit und ich habe jetzt auch kein Problem mehr damit. Und ich sage auch Menschen, ich kann mich nicht mit euch in dieser oder jenen Lokalität verabreden, weil es mir dort zu laut ist. Und da ich selbst mir erlaube, dass es da sein darf, nehmen die Menschen das auch an und akzeptieren ist. Also sobald du dir selbst dieses Ja für deine Eigenart zugestehst und sagst, ja, so ist es, werden auch die Menschen in deinem Umfeld damit mehr Akzeptanz drauf reagieren. Denn du strahlst dieses Selbstverständnis, dieses Selbstbewusstsein aus. Und damit fällt es auch jemand anders leicht, dich so zu akzeptieren, wie du bist. Zu Hause herrscht bei mir schon seit vielen, vielen Jahren immer nur Stille. Keine Musik, kein Radio, kein Fernsehen, kein Geschrei. Und ich habe mich so an diese Stille mittlerweile gewöhnt und Leben gelernt. Ja, und all das hilft mir enorm, wirklich bei mir zu sein und mich wohl zu fühlen. Ein weiteres Anzeichen für Hochsensibilität ist es, wenn dich die Stimmung und die Gefühle deiner Mitmenschen stark beeinflussen. Ist es vielleicht so, dass du manchmal das Gefühl hast, du fühlst das, was die anderen fühlen, wie es ihnen geht, ihre Traurigkeit, auch wenn sie das vielleicht nicht ausdrücken. Es ist vielleicht so, als ob du das Gefühl hast, sie können sich mit ihren Gefühlen anstecken. Und vielleicht auch, weil sie gerne mit ihren Sorgen, mit ihren Geschichten, mit ihren Problemen zu dir kommen, weil du vielleicht gut zuhören kannst. Ist das so? Dann ist es auch gut, auf dich selbst zu hören und wenn dir das Spaß macht, den anderen zuzuhören. Wenn sie dir etwas erzählen wollen und du vielleicht auch gerne ihnen zuhörst und mitfühlst, dann mach das, solange du dich wohl damit fühlst. Und sage auch Stopp, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt kann ich dir nicht mehr zuhören, jetzt kann ich das nicht mehr aufnehmen, aber wenn du möchtest, können wir ein andern Mal noch drüber reden. Sei da einfach ganz ehrlich mit dir selbst, was du wirklich gut aushalten kannst, womit du dich wohlfühlst und teile das auch mit. Und denke mal dran, wenn du da nicht ehrlich bist, wird dein Gegenüber das merken. Dein Gegenüber wird irgendwie auch vielleicht unbewusst spüren, wenn du nicht mit deiner ganzen Konzentration dabei bist. Und das gibt jemand anderem dann ein ungutes Gefühl. Also du tust sowohl dir als auch dieser Person einen Gefallen, wenn du dort ehrlich bist. Ja, ein weiteres Anzeichen ist überhaupt diese Ehrlichkeit und das Bedürfnis nach Wahrhaftigkeit. Wenn du jemand bist, der sehr viel Wert darauf legt, ehrlich zu sein und auch dem es sehr, sehr wichtig ist, von anderen Menschen ehrlich ihre Worte, ihre Meinung, ihre Gefühle zu hören, dann ist das auch ein Anzeichen für diese hohe Sensibilität. Und vielleicht besitzt du auch so ein intuitives Wahrheitsempfinden. Hast du das Interview in der Podcast-Folge mit Christiane Rogel gehört, die auch darüber spricht, dass sie als Kind mal sehr verwirrt war, weil sie Dinge anders wahrgenommen hat, als die Menschen um sie herum ihr erzählt haben. Und das passiert ja ganz häufig in der Welt, denn alle Menschen wollen sich erstmal richtig gut darstellen und in ihrem besten Licht zeigen. Und wir haben eben alle Stimmungen, alle Gefühle auch. Und vielleicht merkst du das, wenn jemand dich total nett anlächelt und Hallo sagt, aber du spürst vielleicht, dass er eine Maske auf hat und auch Schmerzen empfindet. Oder du siehst vielleicht, dass jemand sehr großzügig ist, aber spürst, dass es darunter einen manipulativen Gedanken oder was sogar Hinterlistiges gibt. Und dieses Wahrheitsempfinden, das steckt in dir. Oder vielleicht auch die Wahrheitsliebe. Und wenn dir das besonders wichtig ist, dann wirst du auch so etwas wie einen ganz klaren und reinen Klang erleben oder so ein ganz großes Wohlgefühl, wenn du mit Menschen zusammen bist, die wirklich wahrhaftig sind, die das auch ausdrücken. Oder wenn du in einen Lebensumstand eintauchst oder in ein Gegend fährst vielleicht auch, wo sich das alles für dich so wahrhaftig anfühlt. Und du wirst es in deinem Körper spüren mit einer Freude, einer Weite, einer Leichtigkeit und etwas, was dann auch deinen Geist glücklich macht. Und wenn du das auch so intensiv empfindest, dann kannst du deinen Beitrag dazu geben, indem du selber wirklich wahrhaftig und ehrlich dich nach außen zeigst. Immer ein bisschen mehr, so wie du es für dich schaffst. Aber vielleicht bist du es auch gewohnt und du hast schon ganz oft den Mut gefunden, dich wirklich auch wahrhaftig und ehrlich so zu zeigen, wie du bist. Wenn du schlechte Laune hast, das auch zu kommunizieren. Und wenn du traurig bist und du wirst gefragt, Hi, wie geht's dir? Und dann auch zu sagen, Ja, ich bin traurig. Das ist vielleicht erst mal ungewohnt, aber ist letztendlich etwas, was sowohl dir als auch deinem Gegenüber hilft. Und ein weiterer Punkt dabei ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann auch, wenn du bei jemand anderem, besonders jemand, der dir nahe steht, eine Unstimmigkeit spürst, wenn da Worte aus dem Mund kommen, die aber nicht mit dem übereinstimmen, was du auch noch wahrnimmst und was vielleicht im Gegensatz zu dem, was dieser Mensch dir sagt, der ist glücklich und du spürst, das ist nicht der Fall, dann vielleicht zu fragen, Ist es wirklich so? Wenn ich dich so anschaue, dann sehe ich aber auch das und das oder ich nehme das und das wahr. Oder zu fragen, Kann es sein, dass dich doch irgendwas belastet? Kann es sein, dass du doch vielleicht auch traurig bist? Wenn dann der andere nicht darauf reagiert, wenn der andere das dann aber auch abstreitet, dann nehmen wir es an. Ja, dann akzeptieren wir auch das. Es bleibt uns dabei auch gar nichts anderes übrig. Aber du kannst eben für dich dann auch die Entscheidung treffen, wie weit du dann mit diesem Menschen verbunden sein möchtest. Ja, das sind jetzt die ersten fünf Anzeichen heute in dem ersten Teil dieser Reihe Anzeichen der Hochsensibilität und was das für dein Leben bedeutet. Ich werde immer mal wieder dazu auch eine Folge machen, genauso wie zu den Vorteilen der Feinsinnigkeit, denn ich möchte dich ja inspirieren, auch wirklich diese Vorzüge zu sehen und das, was da ist, anzunehmen und damit einen guten Umgang zu finden mit dieser Offenheit, mit dieser Empfindsamkeit, mit deinen feinsinnigen Anlagen, denn die sind so wertvoll, geben dir ganz viel Bereicherung. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, alles Liebe von mir und freue mich sehr auf das nächste Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.